Jo, ich würd auch nicht sagen... Alter. Fang noch mal an. Ich hab's dir grad gedacht, ich würd auch nicht sagen, hä? 100 Versuche hab ich als Ziel gesetzt, haben wir noch 98. Alles klar. So, 3, 2, 1, go. Glück auf Schatz aus dem Schacht und willkommen zu einem weiteren Video auf dem N7 Nation Channel. Ja Leute, heute wieder live aus der Blacky Kommandozentrale. Ich bin diesmal aber nicht alleine und zwar hab ich einen Spezialgast dabei. Den hab ich extra einfliegen lassen und ich denke, das stellt sich jetzt einfach mal ganz kurz vor. Ja, ich bin der N7 Dino oder auch Dino oder auch Daniel oder wie auch immer und bin jetzt heute mal dabei. Ja, Dino hat eine besondere Aufgabe und zwar ist es der Co-Leader vom N7 Sniper Team. Wollt ihr ihn euch mal kurz vorstellen und ja, vielleicht mal so ein geschmeidiges Dual-Kommentary machen. Wie ihr im Hintergrund und vielleicht auch schon eine Überschrift gesehen habt, soll es halt wieder um die N7 Sniper Recruitment Challenge gehen. Also wir hatten das letzte Mal wirklich so viele Bewerber und es ist richtig gut angekommen. Und wir haben unseren Plan ein bisschen über den Haufen geschmissen, also wir haben den ganzen neu aufgestellt. Und ja, wir wollen da einfach nochmal eine neue Recruitment Challenge dazu machen, weil sich wie gesagt einiges geändert hat. Wird euch Dino gleich nochmal die wichtigen Fakten dazu sagen. Ich möchte noch kurz was anderes ansprechen und zwar werdet ihr unten in der Beschreibung auf jeden Fall wieder ein Formular haben. Das müsst ihr ausfüllen, das sind so Beangaben zu euch und so weiter. Werden wir dann aber nochmal näher drauf eingehen. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Formular immer auszufüllen. Also ihr findet das, wenn ihr bei YouTube einfach mal sucht N7 Sniping, findet ihr unseren YouTube Channel, wo dann auch zukünftig unsere Montagen und so weiter hochgeladen werden. Steht wahrscheinlich auch unten in der Beschreibung und da gibt es dann oben den Punkt Roster. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr auf unsere Roster, also wer alles schon dabei ist, wer wo spielt und natürlich auch die Formulare, wo ihr euch dann halt einfach bewerben könnt. Das Ganze zählt natürlich auch für Editoren. Also wir suchen auch dringend Editoren, wenn ihr Bock habt und ihr die Tour seid und das Ganze hier seht, könnt ihr euch natürlich auch bewerben. Ja und ich würde einfach sagen, Dino, hau mal raus. Ja, neu bei uns ist jetzt. Es gibt keine Deadline mehr, da wie Blacky schon gesagt hat, er ist so gut angekommen letztes Mal, kann man sich jetzt dauerhaft bewerben. Alleine deswegen solltet ihr schon mal wuhu schreien. Wichtig ist aber zu wissen, dass wir von euch verlangen, dass ihr eine Game Capture Card habt, die 60 FPS aufnehmen kann. Wer nicht weiß, welche Capture Card dazu zählt, das ist einmal die Elgato und einmal die HD PVR 2. Beides müsst ihr dann auf 720p stellen, nicht auf 1080p aufnehmen, da sonst keine 60 FPS vorhanden sind, welche wichtig für die Editoren sind, für spätere Editings halt. Genau, also das solltet ihr wirklich unbedingt beachten, weil 160 FPS können unsere Editoren einfach nicht viel draus machen. Jetzt kommt aber wirklich der spannende Punkt und zwar, wir haben uns euer Feedback zu Herzen genommen, haben nochmal drüber nachgedacht und wir haben uns dazu entschlossen, das Ganze nicht mehr Xbox-only zu machen, sondern Xbox und Playstation. Also jetzt haben auch alle Playstation-Spieler die Chance, sich zu bewerben. Wir haben auch schon ein Leader für das Playstation-Team. Also wir werden das Ganze in zwei Teams teilen, einmal Xbox und einmal Playstation 3. Natürlich werden wir alle zusammen, wer das kann, auf den TS zusammen zocken. Aber ansonsten gibt es halt wie gesagt jetzt ein Xbox-Team und ein Playstation-Team, weil wir einige Anfragen hatten von Playstation-Spielern, die gern zu uns wollten. Wir haben sie halt abgelehnt, weil wir gesagt haben, Xbox-only, haben uns aber jetzt dazu entschlossen, weil wir das Ganze ein bisschen größer aufziehen wollen, dass wir das Ganze auf Xbox und Playstation verbreiten werden. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, egal auf welche Konsole ihr spielt, ob Xbox 360, Playstation 3, Xbox One oder halt Playstation 4 euch zu bewerben. Ja, wie Blackie aber auch gerade schon gesagt hat, wie gesagt, Lila sind da vorhanden, auch auf Xbox, das hat Blackie gerade vergessen zu sagen, aber macht ja nix. Dafür bin ich aber auch da. Wichtig ist nochmal, dass für die Clips gelten folgende Spiele, Black Ops 1 bis Ghost und wichtig ist, dass N7S im Klantek ist. Vorher hatten wir ja GR5 auch noch mit drin, den haben wir jetzt aber rausgenommen, also es zählen nur noch Clips mit N7S. Und zu den Standards zählen halt im normalen Spielmodus die Squad Feed und aufwärts halt und bei den Trick Shots zählen halt Search & Destroy, würde ich sagen, Up 720 mit Equipment Shot. Geht das auf jeden Fall klar, Free For All sind auch, ich sag mal, geringere Trick Shots vorhanden, aber die müssten dann halt schön aussehen, weil FFA Trick Shots sind schwerer zu hitten, weil man von allen Seiten angefragt wird und so weiter. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, die Trick Shots wissen sowieso, was ich meine. Wichtig ist aber nochmal, dass die Clips, die ihr einschickt, nicht editiert werden dürfen, einfach damit wir die Wertigkeit der Clips besser erkennen können. Genau, also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Uns haben auch letztens welche, was editiert ist, eingereicht, wie sollen wir das Ganze auswerten. Das funktioniert einfach nicht, deshalb lasst einfach die Clips so wie sie sind, einfach Clip an Clip und dann passt die ganze Sache. Jeder sollte auch eigentlich, wie Dino schon gesagt hat, wissen, wenn er sich hier bewirbt, was für Standorts momentan gefragt sind, was dann bei Advanced Warfare ist, das werden wir sehen. Kurz nochmal zu dem Thema Advanced Warfare, wir werden dort auf jeden Fall alle zocken, also wir wollen auch direkt vom Release abzocken, dass wir da wirklich schnell irgendwie eine Montage oder sonst irgendwas rausbringen können. Also es ist auch eigentlich wichtig, dass ihr direkt zum Start des Advanced Warfare habt. Ich meine, es ist keine Grundvoraussetzung, aber es wäre natürlich auf jeden Fall richtig geil, wenn dann alle, die bei uns dabei sind, da direkt irgendwie Clips hitten könnten und aufnehmen könnten. Nochmal kurz, was zu den Clips, wie ihr das Ganze zusammenschneiden sollt. Ihr kennt das vielleicht schon vom letzten Mal, wer das gesehen hat. Und zwar sollen sie erst eure fünf besten N7s Clips, also wo ihr N7s im Clantag habt, dann macht ihr kurz wie so ein Blackscreen, da schreibt ihr halt hin, our best Clips und dann kommen nochmal eure fünf besten Clips, die ihr je gehittet habt. So haben wir mal ja einfach einen Blick, was ihr halt in welcher Zeit schafft und was ihr halt schon mal geschafft habt, also vorhergehend, was halt euer Bestes ist und so weiter. Und dann natürlich das Ganze wieder hochladen auf euren YouTube-Channel und den Link von dem Video einfach in das Formular einfüllen. Also ihr seht es dann schon, wo ihr was ausführen müsst, natürlich dann auch eure Kontaktdaten, aber das ist wie gesagt alles im Formular drin. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Und dann habt ihr es auch eigentlich schon geschafft, also mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen. Ich wüsste jetzt nicht was. Dino, fällt dir noch was ein? So generell jetzt eigentlich nicht. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich und Blacki werden auf jeden Fall die Kommentare jeden Tag mal durchgucken, um Fragen zu klären, die sich irgendwie noch erschließen. Und ansonsten haben wir eigentlich alles erwähnt, was man wissen müsste. Ja, würde ich auch so sagen. Deshalb machen wir jetzt auch hier Schluss. Also wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn sich wieder richtig viele Leute bewerben. Also wir hatten echt viele Bewerbungen und auch richtig gute. Wir haben auch einige Leute schon ins Team holen können. Und dann ist natürlich wieder die Frage, wie ihr euch einfach durch die Trail-Phase schleust. Also es ist nicht so, wenn ihr dann automatisch genommen werdet oder wir euch anschreiben, dass ihr direkt dabei seid. Bedeutet natürlich erstmal, dass ihr euren Namen nicht ändert und so weiter. Also dass ihr das nicht an die große Glocke hängt, weil wir dann erstmal schauen wollen, ob ihr zu uns passt, wie es euch bei uns gefällt und so weiter. Also ihr kennt das ja alle schon. Habt das ja im letzten Video ausführlich und keine Ahnung, wie ewig schon erklärt. Das bloß nochmal am Rande erwähnt. Und ansonsten denke ich, sollte es auch gewesen sein. Wie gesagt, bleibt geschmeidig, lockerflockig von der Hälfte. Euer N7 Dino und Bleki. Haut rein! Tschüss!